Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir Sachen überlegt oder generell Überlegungen angestellt, wie es auf meinem Kanal weitergehen soll. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich in Zukunft wesentlich weniger Panzergeneral 3D, gut, das lief ja in letzter Zeit kaum noch oder eigentlich gar nicht mehr und auch Open General bringen will. Und das hat verschiedene Gründe, die ich euch jetzt mal ein bisschen mitteilen werde. Also zuallererst muss ich sagen, dass ich mir generell überlegt habe, irgendwie eine strategische Neuausrichtung oder was auch immer. Hat auch viel damit zu tun, dass ich mir gesagt habe, okay, ich bin ein kleiner YouTuber. Ich mache das nur just for fun und die ersten Jahre waren ja alle super. Es ging bei der Wiedergabezeit immer weiter nach oben. Es ging bei den Abonnenten immer weiter nach oben. Es ging auch bei den Klicks weiter nach oben. Dieses Jahr wird aber höchstwahrscheinlich das erste Jahr sein, wo ich ja einen Rückgang haben werde, sowohl bei Klicks als auch bei Wiedergabezeit. Und ja, ich hätte mir halt überlegt, was werde ich dann machen, wenn das so kommt. Und ja, also im Endeffekt ist es halt so, dass mir Open General schon länger eigentlich keinen Spaß mehr macht, das zu Let's Playen. Das hat auch wieder verschiedene Gründe. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht so überzeugt davon, dass Open General das bessere Spiel ist als Panzer General 3D. Für mich ist das Spiel einfach ein bisschen zu sehr überladen, alles zu komplex. Ich meine, die, ja, einige Features sind halt cool. Das ist halt schade, dass es die bei Panzer General nicht gab. Aber einiges finde ich halt auch einfach nur nervig. Ja, ich meine, das mit den geringen Klicks, ja, hat auch vor allen Dingen, sage ich mal, die, ja, die erste Jahreshälfte betroffen von diesem Jahr. Lag natürlich auch ein bisschen daran, dass ich da weniger Videos gebracht habe. Aber es ist halt so, ich habe jetzt halt auch nicht mehr so viel Zeit wie früher einmal, also wo ich dann sagen konnte, okay, ich mache jetzt irgendwie, ja, ich kann jetzt irgendwie jeden Tag ein Video machen. Das geht halt nicht mehr, weil dafür ist meine Auftragslage inzwischen zum Glück zu gut. Ist ja nach wie vor so, ich verdiene auch kein Geld mit YouTube. Wollte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, weil ich weiß, dass es auf einige meiner Videos von der WK2-Kampagne inzwischen Werbung draufgeschaltet sind. Aber das bin nicht ich, der die draufschaltet, sondern das macht YouTube von alleine. Also YouTube verdient sozusagen mit meinem Content Geld, ohne dass ich jetzt von dem Geld was abbekomme. Ja, das wollte ich nur an der Stelle nochmal klarstellen. Und ja, es ist so im Endeffekt gewesen, dass ich ja nicht so viel Zeit hatte und häufig auch keine Lust hatte, ihr Antik General aufzunehmen, weil die Szenarien einfach so unfassbar lange dauern. Gut, kann man natürlich sagen, jetzt Strategie Command, was ja momentan auf meinem Kanal ziemlich viel läuft. Da sind die Videos auch ziemlich lange, aber ja gut, das hat jetzt auch damit zu tun, dass ich halt so Feuer und Flamme von dem Spiel war und das Durchspielen. Also das hatte ich auch innerhalb von zwei, drei Wochen oder sowas, glaube ich, durchgespielt. Die Kampagne und ja, da in der Zeit auch gerade mal zwei Wochen keinen Auftrag hatte, was eher eine Seltenheit ist. Und ich dann sozusagen dann sowieso, wenn ich dann immer ja abends mich dann da ja fast zwei Stunden hingesetzt habe, dann habe ich gedacht, okay, wieso sollte ich da jetzt drei einzelne Parts aufnehmen. Werde ich aber in Zukunft machen, weil ich glaube, so lange Parts schrecken die Leute dann doch eher ab. Naja, also in Zukunft werde ich nachher auch noch was dazu sagen, was das heißt in Zukunft. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte nicht so richtig Bock dazu. Ja, Open General, die Szenarien, auch dadurch, dass man halt mit mehr Einheiten als 100 sozusagen spielen kann, ja, dauern die Szenarien halt auch, sage ich mal, im Schnitt länger als bei Panzer General, was halt auch wieder ein kleines Problem ist. Naja, ja, was wird es auch in Zukunft auf jeden Fall noch geben? Also es wird auf jeden Fall noch meine Kampagne Trapping and Trapped, ja, sozusagen weiter fortgeführt. Ja, obwohl ich sagen muss, das ist natürlich auch eine Sache, wieso ich zu diesem Schluss in Schluss gekommen bin, dass ich weniger Open General machen möchte, dass mir die Klickzahlen sowohl von der Antik-General-Kampagne als auch von Trapping and Trapped nicht so zusagen, also sind wesentlich geringer, als ich es erwartet hätte. Und man muss auch sagen, ich will mich dazu gar nicht äußern, woran das jetzt liegt, aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass die Klickzahlen von jeder Open General Kampagne, die ich bis jetzt gemacht habe, nicht ansatzweise mit den Klickzahlen meiner WK2-Kampagne oder der KNK-Kampagne bei Panzer General 3D mithalten können. Es sind einzelne Videos, die ganz gute Klicks haben, hier von Open General, aber es sind halt auch viele Videos, die halt die 100 nicht ansatzweise schaffen. Und das ist halt sowohl bei WK2-Kampagne als auch Trapping, als auch im KNK ist es in beiden Fällen, ja, also sind so, ich glaube, 150 oder so das Allermindeste an Klicks. Und ja, viele haben ja auch wesentlich mehr, gerade bei Panzer General, also der WK2-Kampagne, ja, gibt es ja auch ganz, ganz viele über 200. Ich glaube, das sind nur ganz, ganz wenig unter 200, wenn es überhaupt noch irgendwelche Videos gibt, die da keine 200 Klicks haben. Gut, ist natürlich auch länger her, ist klar, aber ja, also es sind jetzt auch, ich meine, ich kann mir das ja immer ansehen, was so für Videos noch geklickt werden, die jetzt auch schon länger her sind. Und das sind halt wirklich immer noch so die Videos, so 1, 2, 3 Videos von irgendwelchen Open General Kampagnen, Zitadelle zum Beispiel von der CC03, Madrid von CC03, ja, das D-Day-Szenario von meiner Kampagne mit Clemens. Ja, und also im Endeffekt Trapping and Trapped, gut, ich meine, Antik-General ist natürlich eine Sache, die meisten interessieren sich wahrscheinlich wirklich eher für Zweiter Weltkrieg, aber dann sogar Trapping and Trapped ist nur ein einziges Video über 200, die anderen weit unter 100 alle, oder ja, also gut, das erste hat, glaube ich, fast 100, aber, ja, und das mit den 200, das war, glaube ich, einfach nur Zufall, dass das mal irgendwie bei YouTube hochgepusht wurde, irgendwie in den, ja, sozusagen auf der Startseite irgendwie da mal angezeigt wurde, dass das so viele Klicks generiert hat, aber, ja, ansonsten ist es halt wirklich das letzte Oman, hat zum Beispiel nur irgendwie 34 Klicks oder so. Ähm, ja, und da denke ich mir halt auch, also, ähm, das, das ist jetzt meine eigene Kampagne, da kann ich sagen, okay, das, äh, mache ich gern noch, ähm, ja, werde ja nebenbei noch, noch, auch noch, äh, ja, gucken, dass ich die Kampagne irgendwie zu Ende gebastelt kriege, ähm, ja, aber, ähm, da jetzt irgendwie, äh, irgendwelche anderen Kampagnen zu bauen, äh, äh, zu bauen, sage ich schon, nein, zu spielen, äh, finde ich dann doch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, also, für 30 Klicks lohnt sich das nicht, wenn ich dann selber nicht so den Spielspaß dabei habe. Ähm, eine andere Sache ist natürlich auch für mich die, dass ich mich frage, äh, für, für was für Leute nehme ich überhaupt den Content, auf. Also, ähm, ich meine, ich bin kein guter Spieler, das weiß ich, ähm, mir macht es auch keinen Spaß, wenn ich mit irgendwas da, äh, so, äh, wie, wie an so eine Wissenschaft, an, an Spiel herangehe, oder mir da irgendwie, äh, stundenlang Zeit nehme, also eigentlich müsste ich ja wirklich schon, sage ich mal, äh, wahrscheinlich drei, äh, drei Testläufe oder sowas von einem Szenario machen und das dann, danach dann aufnehmen, aber, äh, da habe ich ja überhaupt keine Zeit und, äh, wenn ich dann die, äh, äh, das vierte Mal gleiches Szenario spiele, dann habe ich schon überhaupt keine Lust mehr auf das Szenario. Ähm, und es ist halt irgendwie auch so das Gefühl, da gerade bei, ähm, Open General, gut, Panzer General 3D, weiß ich jetzt gar nicht, wer das überhaupt heute noch spielt, aber bei Open General, äh, auch so diejenigen, die im Forum aktiv sind, hat man ja schon so das Gefühl, diejenigen, die da noch irgendwie in dem Spiel drin sind, ähm, die, äh, sind alle super gut und, äh, da frage ich mich halt auch, ja, okay, ähm, wieso soll ich dann irgendwie, äh, ja, für irgendwelche Leute, die super gut sind, irgendwelche, äh, fehlerhaften Szenarien aufnehmen, ähm, ich meine, das ist dann irgendwie, kann man dann für irgendwelche Anfänger oder so machen, die sich damit dann vielleicht irgendwie wieder, wieder, äh, identifizieren können, ähm, aber irgendwie, ja, weiß nicht, also, ich meine, ich kriege ja auch häufig irgendwelche Kommentare, irgendwie, äh, das war nicht gut oder das war nicht gut, und, ähm, ja, da muss ich sagen, da habe ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, auch, auch nicht mehr so richtig Bock drauf, weil, ähm, äh, ich meine, wenn, 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 wenn es, äh, Leute gibt, die jetzt nur solche Art von Spielen mögen, dann ist es ja gut und schön, aber für mich ist es jetzt nichts, dass ich die ganze Zeit nur so Strategiezeug, äh, spielen würde, ähm, äh, sondern ich brauche da schon wesentlich mehr Abwechslung und, ähm, dann, äh, ist es natürlich auch so, wenn man dann nicht so, sage ich mal, ähm, ja, dauerhaft sich so mit dem Game beschäftigt, sondern halt auch immer wieder mal, äh, ja, seine Ruhepausen hat, dass man dann vielleicht auch nicht so in dem Game drin ist, ähm, so, ja, irgendein anderer Grund war es auch noch gewesen, äh, den ich jetzt noch anführen wollte, dem es aber gerade nicht einfällt, ja, ähm, vielleicht hätte ich mir doch sowas wie ein, ähm, ja, wie eine Art, ähm, ja, äh, Zettel machen sollen, wo ich mir Stichpunkte oder sowas zumindest aufschreibe, äh, was ich alles sagen wollte, aber vielleicht fällt es mir später noch ein, ähm, ja, also, ähm, es ist, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, es, äh, ich habe das Gefühl, es lot sich jetzt nicht mehr so, ähm, Strategic Command, was ich momentan mache, der, äh, ja, weiß ich, weiß ich zum Beispiel auch, dass es da, äh, äh, auch noch viele, sag ich mal, Neulinge gibt, und, ähm, ja, also, als ich damals mit Panzer General 3D, äh, angefangen habe, war ja eigentlich auch nur das Ziel gewesen, ich wollte meine WK2-Kampagne da mal zeigen, äh, habe das jetzt auch nicht so, äh, diese, auf diese strategische Ebene gedacht, dass ich da irgendwie besonders gutes Gameplay zeigen wollte, sondern einfach mal so ein bisschen so die Szenarien, die ich gebastelt habe, zeigen, habe dann gemerkt, das kommt ganz gut an, äh, dann, äh, ja, hatte ich dann KNK gemacht, bin dann irgendwann auch umgestiegen, zu Open General, ähm, ja, aber, ähm, ist es irgendwie, äh, ja, habe ich so das Gefühl, momentan ist es einfach, äh, einfach ein bisschen ausgelutscht, und, ähm, äh, sollte ich mir dann vielleicht irgendwie andere, äh, Games suchen, äh, hinzukommt natürlich auch, äh, ich meine, ist zwar, ist ja, sag ich mal, schön und gut, ähm, dass man Open General oder Panzer General oder was schaut, aber die Zuschauer, die das machen, gucken ja in der Regel nicht den anderen Content, den ich gut finde, äh, den ich mache, und, äh, genau, das war auch noch, äh, eine der Sachen, die ich sagen wollte, dass ich persönlich, zum Beispiel auch, ähm, ich gucke mir ja selber auch meine Videos, im Nachhinein dann irgendwann mal an, äh, auch um zu gucken, hier für Best-Offs und so weiter und so fort, und, ähm, ja, ich finde das persönlich einfach nur langweilig, also, äh, Panzer General oder Open General, ähm, weiß nicht, also, äh, so amüsant oder so finde ich das nicht, äh, äh, kannst du auch schlecht amüsant machen, also das Einzige, was manchmal lustig ist, sind meine Kommentare, aber, ähm, so an und für sich ist es ja eigentlich im Endeffekt immer das Gleiche, finde ich, ähm, dass man da auf irgendwelche Pixel-Soldaten, äh, draufhaut, gut, manchmal macht die KI dann auch total, äh, wirres, äh, und verrücktes Zeug, gerade bei Panzer General, bei KNK, da diese beiden Selbstmordattacken da, von den Sowjets, da von einem 13er Panzer zum Beispiel, ich meine, das war ja schon irgendwie lustig, aber, ähm, ja, ähm, ich bin zum Beispiel einer, ich finde, ähm, persönlich, finde ich, ähm, Content wie, ähm, ja, Midnight Club oder GTA oder auch, äh, die Streams mit Thorsten und so weiter und so fort, finde ich wesentlich besser. Und wenn ich dann, sage ich mal, äh, ja, da eine Zuschauerschaft habe, die sich dann irgendwie, äh, ja, nur für das eine interessiert und, ähm, dann, äh, für die anderen Sachen nicht so, ist ja auch nicht so toll und, ähm, naja, also, ähm, wie gesagt, ähm, es wird weiter Open General geben, aber halt nur im begrenzten, ähm, ja, äh, Limit, äh, weiterhin ein Szenario pro Monat. Äh, ich muss mal gucken, wie ich das nächstes Jahr mache, ob ich dann vielleicht zwei Szenario pro Monat mache, das hängt auch viel davon ab, wie ich jetzt weiterkomme mit meiner, äh, mit der Kampagne, ähm, ja, hab da jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so viel dran gemacht. Äh, momentan nehme ich mir jetzt generell mal so ein bisschen Open General Auszeit, weil mir das auch einfach zu viel geworden ist. Ähm, also, wie gesagt, ich bin dann einer, keine Ahnung, also, ich kann mich zum Beispiel auch, äh, so ein uraltes Bundesliga-Manager-Spiel, äh, da kann ich mich, ähm, zwei Monate oder so, kann ich mich jeden Abend hinsetzen, jeden Abend zwei Stunden spielen. Aber, spätestens nach den zwei Monaten, denke ich mir auch irgendwie, nee, also, ist es, äh, jetzt, jetzt will ich was anderes spielen. Also, dann habe ich es mir irgendwann über. Und, äh, so ist es jetzt auch wieder bei, äh, Open General ein bisschen. Und, ähm, ja, ähm, also, das, ähm, äh, die Neuausrichtung meines Contents, hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass, äh, jetzt bald anderer Content möglich sein wird, auf meinem Kanal. Ähm, und zwar werde, äh, habe ich mir letzte Woche Freitag einen Gaming-PC, so ein Pizmet-Schnittchen-PC, äh, gekauft. Und, äh, der wird dann jetzt irgendwann demnächst kommen. Und, das heißt, dann werde ich dann auch in der Lage sein, äh, neuere Spiele zu spielen, worauf ich ja schon länger warte. Und, ähm, ja, werde das dann auch sicherlich machen. Ähm, ich weiß noch nicht, ähm, wie ich das jetzt machen werde, mit, ähm, äh, mit den, ähm, also, äh, Kampagnen, äh, Open General hatte ich ja schon gesagt, äh, wie ich das sozusagen mit PBE-M-Partien mache, ob ich da, äh, irgendwas in der Hinsicht machen werde. Ich glaube, wenn, dann wahrscheinlich eher Panzer-General, aber da bin ich halt auch noch im Überlegen, weil, ähm, so, äh, die erste Sache ist die, ähm, äh, Panzer-Liga-E-File ist halt, äh, komplett anders als ESF. Da müsst ihr mich extra, äh, äh, ja, erst mal extrem dran gewöhnen, äh, an die Unterschiede, ähm, ist dann, ist dann nicht so toll, wenn man dann auch noch gegen menschlichen Spieler spielt. Ähm, und die, äh, zweite Sache, äh, äh, ja, ist halt die, dass ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so ist wie damals, wo ich, äh, ähm, in der Raiders-Liga war, dass es da halt auch Spieler gibt, auf meinem Spielniveau, und, ähm, ja, wenn, wenn es nicht ausgeglichen ist, dann finde ich es auch irgendwie langweilig. Ähm, was es geben wird, auf jeden Fall, ähm, ähm, das ist, äh, äh, Multiplayer, äh, in Strategic Command, äh, da habe ich schon, äh, äh, ja, Leute, äh, kennengelernt, ähm, äh, oder, ja, sogar schon eine Anfrage, ähm, ja, ob man nicht mal irgendwie, sag ich mal, gegeneinander spielen kann, äh, äh, also gibt es auch Leute, die jetzt nicht so gut sind, in dem Spiel, und, ähm, ja, dann, ähm, ist, denke ich mal, dann auch die Grundvoraussetzung dafür geschaffen, und, dass es auch spannend wird, weil, ähm, ich meine, ähm, wenn es nicht spannend ist, dann, weiß nicht, also, dann, finde ich, bringt es auch nichts, weil, äh, also, es, es sollte ja zum Spannend sein, weil ansonsten, äh, wieso sollte man sich das dann anschauen, ähm, und, ja, also, ich werde mir ja dann, ähm, den, ähm, ähm, neue Spiele kaufen, äh, beziehungsweise dann zu Weihnachten Geschenk kriegen, ich denke mal, ich werde jetzt, äh, äh, Multiplayer aufnehmen, ähm, Strategic Command, äh, ich werde wahrscheinlich mit GTA 5, ähm, äh, Singleplayer anfangen, also, ähm, mit der Story, äh, werde das wahrscheinlich aufnehmen, und, ähm, ja, ich habe ja mit, ähm, Strategic Command, äh, die Achsenmächte, das läuft ja momentan noch, die Kampagne, dann hatte ich noch eine Kampagne mit den Alliierten aufgenommen, und, ja, werde dann jetzt nach und nach, äh, Videos raushauen, ähm, und was ich mir halt vorgenommen habe, ähm, ist, dass ich, äh, es auch so machen möchte, ab nächstem Jahr, dass ich, ähm, ja, sozusagen, äh, feste Slots buche, das heißt, ähm, dass ich dann mehrere Sachen sozusagen, äh, immer parallel laufen habe, nicht, dass ich jetzt hier, äh, drei, viermal die Woche, ähm, Strategic Command, äh, Singleplayer rausbringe, sondern halt immer unterschiedliche Sachen, und, ähm, ja, brauche ich jetzt aber ein bisschen Zeit dafür, dass ich halt, dann sage ich mal, auch, äh, mehrere Sachen nochmal starten kann, wie zum Beispiel den Singleplayer, oder GTA 5, und, ähm, ja, damit ich dann halt sozusagen auch verschiedene Slots habe, ähm, und, äh, ja, muss dann natürlich dann gucken, dass ich die Sachen dann rechtzeitig immer hochgeladen kriege, aber momentan, so wie es jetzt ist, ist es gut, weil, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch die Zeit, mal so, so, solche Videos zu machen, also, ähm, im ersten Halbjahr war es wirklich so, dass es halt, äh, für mich halt extrem schwierig war, weil ich halt immer so unter Druck war, ähm, also, ich habe sowieso schon weniger Videos rausgehauen, als ich eigentlich wollte, ähm, und, äh, wollte dann zumindest, sage ich mal, so ein bisschen, äh, so ein Minimum hatte ich mir dann immer, äh, gesetzt gehabt, aber das war halt schon schwierig, weil, ähm, ja, ich stand da sozusagen immer so unter Druck, was aufnehmen zu müssen, äh, hatte nicht so richtig Lust dazu, und, ähm, ja, hatte auch wenig Zeit, ähm, und, das ist halt alles scheiße, jetzt momentan, äh, wo schon einiges vorproduziert ist, ist es wesentlich angenehmer, muss ich sagen, und, äh, werde auch gucken, dass ich das beibehalte, ähm, ich denke mal, wenn ich dann am, äh, zu Weihnachten dann, äh, neue Spiele kriege, dann werde ich dann mit Sicherheit, vielleicht, vielleicht kaufe ich mir vorher schon irgendwie ein anderes neues Spiel noch, Wrestling oder so, hätte ich Bock drauf, ähm, und, ähm, ja, da müssen wir mal schauen, ähm, ja, ansonsten, ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, äh, ich denke mal, Livestreams wird es wahrscheinlich, ähm, ja, also, bin ich noch im Überlegen, ähm, ob ich das mit Thorsten beibehalten werde, ähm, einerseits ist es zwar schon cool, Livestreams, aber, äh, wenn halt sozusagen die, ähm, das Internet so beschissen ist, wie bei mir, dann bringt es halt nichts, wenn ich dann immer die Videoauflösung so extrem runterstellen muss, und, ja, deswegen, äh, ja, bin ich noch im Überlegen, oder, äh, müssten hier mal irgendwie, äh, besseres Internet müsste mal hierher, aber das ist halt auch immer alles so eine Geldsache, also, der PC hat mir jetzt schon 1500 Euro gekostet, ähm, ich meine, äh, für jemanden wie mich, der eigentlich kaum Geld hat, ist das eine Menge, ähm, und das ist halt nicht immer möglich, also, ich meine, es gibt viele Sachen, ich würde mir auch gerne mal, eine bessere Webcam zulegen, oder generell irgendwie mal eine Kamera, mit der man mal irgendwie unterwegs was filmen kann, dass man nicht so Handy-Videos oder sowas machen muss, wie zum Beispiel, wo wir in Turin waren, ähm, ja, gibt es viele, viele Sachen, die ich mir gerne zulegen würde, aber das geht halt alles nur im sehr begrenzten Rahmen für mich, finanziell, ähm, naja, ja, also dann seid ihr jetzt soweit auf dem Laufenden, äh, wie es jetzt weitergehen wird, äh, wie gesagt, mit Panzergeneral, äh, PBM, das überlege ich mir noch, ob ich das jetzt wirklich, äh, sozusagen, ähm, äh, ja, fortführen würde, also ich meine, wenn es dann, wenn es dann wirklich, wirklich, äh, noch so die Leute von damals gegeben hätte, dann hätte ich ja gesagt, okay, äh, 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 hätte ich das auf jeden Fall nochmal gemacht, ähm, also, äh, ja, Joe oder Panzerlua, ich, ähm, äh, KGW 67, das waren, sag ich mal, so Spieler auf meiner, äh, ja, sozusagen Könnensstufe, äh, die dann halt immer sehr aus, also, wo die Matches sehr ausgeglichen waren, also häufig dann 4 zu 2 irgendwie, aber dann auch irgendwie erst kurz vor Schluss 4 zu 2 ausgegangen und so weiter und so fort, und mal hat der eine gewonnen, mal der andere und so und, äh, das ist halt, ja, also ich muss, muss nicht irgendwie, äh, äh, jetzt irgendwie, ähm, ähm, ja, jedes Spiel 0 zu 8 verlieren, äh, weil da, muss ich sagen, da habe ich auch einfach keine Lust zu, ähm, es sollte zumindest dann, äh, ja, bis zum Schluss spannend sein und ausgeglichen sein und, äh, ja, so bei den Leuten, die jetzt momentan in der Panzerliga sind, sehe ich das jetzt nicht so, dass es ausgeglichene Matches sein könnten und, ja, äh, was ich mir auch noch überlegt habe, ähm, ja, muss ich mal gucken, inwieweit ich das hinkriege, ob ich vielleicht auch mal ein bisschen was an den Thumbnails arbeiten werde, äh, ist halt die Problematik auch, dass ich, äh, jetzt kein vernünftiges, äh, Bildbearbeitungs-Tool habe, also nicht sowas wie Photoshop und so, das kostet halt auch wieder Geld und, ähm, gut, ich weiß, ich weiß, es gibt da so einen Trick, ähm, also, man hatte mir ein Kommilitone damals erzählt, wie man sozusagen illegalerweise an, an Photoshop kommt, machen kann, aber da bin ich einfach nicht so der Typ für, ähm, dafür bin ich dann zu ehrlich, äh, als dass ich sowas machen würde und, ähm, ja, muss ich mir mal alles überlegen, aber, also, wie gesagt, ähm, diejenigen, zum Beispiel, wenn er Mario, falls du dir, falls du dir dieses Video anschaust, du bist ja, sag ich mal, äh, ein, äh, treuer Zuschauer, ähm, der sich viele Sachen, ähm, anschaut, ähm, also jetzt nicht diese Strategie Sachen, aber, äh, äh, so die Action Sachen, so wie GTA oder, äh, Midnight Club oder auch die Streams mit Thorsten und sowas, also solche Zuschauer können sich dann in Zukunft freuen, denn, äh, äh, es wird dann vermehrt diesen Content geben, äh, ich denke mal, ähm, also, äh, GTA 5, wahrscheinlich Wrestling werde ich, ähm, ja, ab Weihnachten vielleicht ein bisschen eher machen, Rackfest werde ich mir auf jeden Fall zulegen und, ähm, ähm, ich werde auf jeden Fall auch gucken, dass ich vielleicht irgendwie, äh, äh, ja, Leute, also, falls jemand dieses Video sieht und irgendwie Lust hat, ähm, irgendwie gerne auch, was weiß ich, GTA Multiplayer oder sowas, ähm, also, falls irgendjemand Interesse hat, ähm, 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 irgendwie, äh, irgendwie eine kleine Gruppe hat und so und, ähm, ja, dass ich dann da mitmachen kann, weil ich finde so, wenn man mit anderen kommunizieren kann, irgendwie in einem Video und so, ist es einfach auch, äh, ja, auflockernder, als wenn ich die ganze Zeit nur selber rumlabere, ähm, merke ich auch mit Thorsten, gut, da finde ich jetzt auch nicht jedes, jeden Livestream so, äh, äh, richtig awesome, aber, äh, ich muss sagen, also, da gab es schon Livestreams, wo ich dann wirklich so im Nachhinein, wie ich mir das angeguckt habe, gedacht habe, oh Gott, das ist einfach nur herrlicher Trash Talk und, ähm, äh, also, also, wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich dann vielleicht so, äh, auch eher in die Multiplayer-Richtung ein bisschen mehr gehe, ähm, ich denke mal, Wreckfest und, äh, Wrestling und sowas dürfte das ja ganz gut gehen, äh, müsste, müsste natürlich nur gucken, wie das mit dem Internet ist, aber, solange ich nicht streame, müsste das eigentlich gehen, also, ähm, so der, äh, Multiplayer-Modus, ähm, äh, bei GTA zum Beispiel, hat er jetzt glaube ich nie so die Probleme bereitet, und das ist ja im Endeffekt nur das. So, gut, ja, ähm, ich bin noch ein bisschen, äh, ich, äh, lag jetzt zuletzt mit einem grippalen Infekt nieder, äh, deswegen will ich auch meine Stimme ein bisschen schonen, und, ähm, ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, und ihr könnt vielleicht meine Entscheidung, meine Beweggründe ein bisschen, äh, nachvollziehen, äh, mutet vielleicht auch ein bisschen, äh, schräg für den einen oder anderen an, dass ich sage auf der einen Seite, ja, ich, äh, klick zahlen und Abonnenten, äh, klick zahlen und wieder, Sichergabezeit, äh, gehen zurück, und dann, äh, ja, kicke ich das raus, was noch am besten mitläuft, aber, ähm, ja, ich meine, wenn du, wenn, wenn man wirklich, sage ich mal, irgendwie, äh, gucken will, dass man längerfristig wächst, dann sind diese Spieler einfach, glaube ich, nicht so das Richtige, denn, ähm, äh, ja, Clemens hat es ja schon mehrmals gesagt, und ich glaube es auch, dass es so ist, dass, äh, Open General, die Community, die da doch am Aussterben ist, äh, Panzer General, das Gleiche, und, ähm, dann sollte man dann vielleicht eher neuere Spiele machen, andere Sache ist natürlich auch die, ähm, dass die, ähm, ja, sage ich mal, Leute da etwas älter sind in diesen Spielen, und, ähm, ja, äh, viele jetzt auch gar keinen YouTube-Account haben, oder so, also mich von daher auch zum Beispiel gar nicht abonnieren könnten, oder so, ähm, naja, muss, muss man mal sehen, ähm, wie gesagt, es gibt halt auch einige Sachen, die mir jetzt so an, an der Open General oder an der Community nicht gefallen, das, äh, ist wie auch, dass, äh, jetzt nicht so ist, wie bei, im Panzer General Forum, im Raiders Forum, dass es halt alles um einen, ähm, ja, um, um einen sozusagen E-File geht, sondern, es ist ja wirklich so, jeder, jeder macht da, oder fast jeder macht da nur sein eigenes Suppchen, und, ähm, äh, bei den, äh, im Open General Forum, und, äh, also, äh, wenn man dann irgendwie, wenn es, wenn es mal eine neue Kampagne gibt, dann müsste man sich dann erst mal wieder an ein anderes E-File gewöhnen, und so weiter und so fort, also, naja, alles nicht so toll, ähm, und wie gesagt, einige Features finde ich jetzt persönlich nicht so toll in dem Spiel, und, ähm, die, das macht das Spiel für mich jetzt einfach nur ein bisschen zu komplex und, äh, zu kompliziert, und, ähm, ich merke es ja auch beim Basteln, dass, ähm, äh, ein Szenario zu Basteln einfach um Längen länger dauert, als jetzt damals bei Panzer General 3D, weil, äh, schon alleine, dass man über 100 Einheiten, äh, einsetzen kann, und, äh, ja, die ganzen Siegbedingungen und alles Mögliche. Na gut, ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, und, ähm, ja, morgen geht es dann übrigens nach Arnheim, äh, da wird dann auch nochmal ein kleines Video kommen, also, bis dahin, ciao, ciao! und, ähm, und, ähm, äh, Vielen Dank.